Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem YouTube Video. Sorry wenn ich mich müde anhöre, ich bin noch sehr erschöpft, nur ich hatte bock dieses YouTube Video zu machen. Ähm und ich sage euch gleich was für ein YouTube Video. Ich kann diese Herzen nicht, deswegen muss ich sie immer irgendwie von Skype kopieren oder so. So. Warte mal ein Schiff und mit einer Klasse tauchen. Oh, jetzt meinst du es egal. Okay. Ähm, ja. Ich weiß, ich habe schon mal ein MSP Glitch Video gemacht. Aber es ist in ein paar Wochen. Ja. Dann dachte ich jetzt mache ich nochmal die selben Glitches, nur mit Stimme diesmal. Und noch ein paar andere Glitches, die ich auf YouTube nachgucken werde. Also ja. Fangen wir erstmal mit den Glitches an, die ich schon kenne. So. Wisst ihr was? Ich erstelle ein Test-Account. So. Ich tue einen Test-Account. Oder. Du weißt du was? Ne, doch nicht. Also. Der erste Glitch, wenn ihr zum Beispiel nicht VIP seid. Und ihr wollt eine VIP. Okay. Hallo. Oh man. Mein Back von YouTube. Der. Der. Der ist komisch cool. Danke. Der ist cool. Aber auch komisch. Genauso wie ich. Pizza. 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 Okay. Ähm. Leute. Am Ende von diesem Video werde ich den piepsigen Ton raus machen. Und ich werde meine echte Stimme zeigen. So. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine VIP-Haut haben wollt. Zum Beispiel. Ich möchte diese schöne Hautfarbe haben. Aus irgendeinem Grund. Dann drückt ihr da drauf, wie ich gerade schon gemacht hab. Geht auf die Seite dahinter. Drückt auf einen kein VIP im Spin. Geht wieder nach vorne. Und tada. Es ist nicht mehr VIP. Wenn ihr es mir nicht glaubt. Dann hier. Seht ihr es nochmal. Dreimal VIP. Okay. Ich gehe zum Beispiel jetzt auf die Mitte. Gehe auf die andere Seite. Klicke da drauf. Und gehe wieder da. So. Und dann könnt ihr es einfach für drei von Starcon kaufen. Ohne VIP. Aber leider habe ich noch kein Glück herausbekommen. Ähm. Dass man eine Hautfarbe kriegt. Ohne Starcon zu bezahlen. Und leider funktioniert das nur. Bei den Skins. Ich habe es schon mal ausgetestet. Was ist jetzt zum Beispiel die Nippen? Ich möchte. Warte ich hier nochmal raus. Dass es alles wieder schön wird. Ich möchte jetzt. Diesen. Diese Lippen haben. Tata. Geht zurück auf ein. Kein VIP. Und es klappt nicht. Also es geht nur. Bei der Hautfarbe. Also ja. Der nächste Glitch ist es. Ich gehe zum Beispiel in meinem Raum. Lumi 19 Labs. Okay. Und ihr könnt ja gar nicht weit nach unten gehen. Und noch keine Leute kreaten. Weil es einfach nicht geht. Und sie dich sonst sehen. Ja. Ähm. Und so könnt ihr das machen. Nehmt euren Namen. Nehmt euren Namen. Und tut die Maus. Die linke Maustaste gedrückt halten. Und zieht den Namen nach unten. Und dann kriegen die Maschinen. Nehmt. Und dann sehen wir mal. Und, wenn sie nicht mehr. Auf die Seite. Ja. Ist das nicht auf die Seite. Ich glaube ich warte. Auf das ist. Ah, okay. Sorry, Leute. Ich habe es falsch gemacht. Ihr haltet die linke Maustaste gedrückt, zieht euren Namen nach unten und tut Loslassen und auf die Leerzeichen-Taste drücken. Und dann seid ihr im Bildschirm. Wir probieren das mal auf der Seite aus. Oh, ich schaue, warte. Kommt sie jetzt? Mach mal schneller. Haha, und jetzt könnt ihr auf die Leute quiepen. Yeah, mach doch wieder. Und der nächste Glitch, der ist eigentlich sehr praktisch. Den benutze ich am häufigsten. Und zwar der Animationsglitch. Wenn ihr zum Beispiel Musikvideos macht, wie ich und so, und Leute nicht die richtige Animation haben, die du haben willst, dass die die haben. Ja, ich bin komisch. Also wenn sie, ähm, also wenn du eine Person in deinem Film machen willst, der keine Animation hat, aber du willst unbedingt, dass er im Film ist. Oder eine Person, die Animationen hat, aber nicht die richtige. Dann, ich mache zum Beispiel einfach mal. Ja, wie Pancake, der Satz, das ist eine andere, hat meine Freundin erstellt und nervt mich immer damit. Aber nett gemeint. So, zum Beispiel. Sie? Ähm, nein, kann. Oh, wie kann sie nur mit so wenigen Animationen leben? Ja, und ich möchte jetzt, dass sie diese Animationen hat, okay? Wie ihr seht, hat sie diese Animationen nicht. Also, ich öffne meine Animationen von der anderen Person ins Animationsfeld und nimm sie und halte die linke Maustaste gedrückt und lasse es, und klicke noch, also, dass ich sie so rumtragen kann und klicke dann nochmal auf die Anni. Und tadaa. Das funktioniert auch so. 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 Und so. So. Und so. Und so. Und so. Und so, 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 und so. Ja. Und das ist ziemlich cool. Und das wird euch bestimmt helfen. So. Jetzt gucken wir noch andere Glitscher an und das werde ich jetzt vorspulen. So. 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 Und das find ich nochmal. So. So. Okay, Leute. So. 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 Ja, um. Watch me soar Right? Break your legs Break your legs Break your legs Break your legs Ok jetzt Leute 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 Jetzt sing jetzt Also Ist Mach jetzt Zum Beispiel Ein Look von Pixies Den möchte ich dann ansehen Lücken machen Jetzt noch diese Looks Oh mein Gott wie bestimmt sieht das aus Ich nehme mal das Ok Versteck Blitz Gut Gut Muss ich Für sie Send einfach nur Da krieg ich noch Film Ok jetzt muss ich den Look davon machen Also ich weiß nicht ob die Satelliten funktioniert Oder wir werden es sehen Oh mein Gott Warum tut ihr Warum tut ihr ähm Ähm Die Schau Den Den Lücken leiten Ob ich am 17.15. skype Kann Lass mich gucken wie ich überhaupt Ja 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 2 Ok ähm So So Das geht ja auf Euren Eck Und dann meinen Schluck Knopf Und Dann Ich drücke immer das aus Aber ich könnte auch was anderes drücken So Jetzt geht ja Ich drücke Lucks Andere gemacht Von halt eben Der bitte In fünf Locken Dann seht ihr diese zwei Ok 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 Dann macht ihr das Und Einmal drücken Ok das habe ich schon mal Summe Hollande Und dann ich Ich Nun kann ich Das Wart Es Ich Ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017